Ich bin 18 Jahre alt, meine Frau war in einem Jahr 17 Jahre alt, und ich liebe meine Frau und ich glaube nicht, dass niemand sie verletzt. Wie er seine Filmkarriere aufgab und wie er zu einem der beliebtesten Memes der 2000er Jahre wurde. Chuck Norris wurde am 10. März 1940 in Rhein, Oklahoma geboren und wuchs mit zwei jüngeren Brüdern auf. Laut Norris gehören zu seinen Vorfahren ihren und Cherokee-Indianer. Sein Vater hatte ein ernsthaftes Alkoholproblem, sodass die Familie lange Zeit in Armut lebte und in einem Wohnwagen hausen musste, da sie sich kein richtiges Zuhause leisten konnte. Schließlich verließ sein Vater die Familie und seine Mutter heiratete den Witwer George Knight. Es war sein Stiefvater, der dem jungen Mann die Liebe zum Sport vermittelte und ihm zeigte, was ein liebevoller Ehemann und Vater sein sollte. In seiner Schulzeit fiel der künftige Meister der Kampfkünste weder durch sportliche noch durch schulische Leistungen auf. Deshalb wurde er von seinen Mitschülern oft angegriffen und zog sich immer mehr zurück. Angesichts von Hunger und Armut begann der junge Carlos früh zu arbeiten. In der Highschool bekam er einen Job als Lader und gab einen Teil des Geldes seiner Mutter und Großmutter, um sich um seine jüngeren Brüder zu kümmern. Seine erste große Anschaffung war ein gebrauchtes Auto und seine erste Beifahrerin war seine Klassenkameradin Diane Holczek. Zu diesem Zeitpunkt war der schüchterne junge Mann in das Mädchen verliebt und wusste noch nicht, dass sie die Mutter seiner zukünftigen Kinder werden würde. Sobald Carlos 18 Jahre alt war, meldete er sich bei der US Army und während seiner Ausbildung machte er Diane einen Heiratsantrag. Sie heirateten während einer seiner Dienstreisen. Übrigens, seinen Namen Chuck erhielt Norris im Ausbildungslager. Ein hispanischer Kamerad fand den Namen Carlos für einen Weißen unpassend. Also endete er ihn in Charles und kürzte ihn danach zu Chuck ab. In seiner Familie bleibt er jedoch Carlos. Bald kam Norris auf einen Militärschutzpunkt in Südkorea, wo er sich in den ersten Tagen die Schulter brach. Dieser unangenehme Zwischenfall stellte sein Leben komplett auf den Kopf. Vor lauter Langeweile schaute sich der junge Mann um und sah einen beeindruckenden Kampf zwischen zwei Kämpfern. Die Kämpfer bewegten sich mit unglaublicher Geschwindigkeit und Beweglichkeit und führten präzise und kraftvolle Schläge aus. Zurück in der Basis wandte sich Carlos an einen Judo-Trainer und begann eine neue Art des Ringens zu erlernen. Tang Soo Do. Er verbrachte zwei Jahre damit, seine Fähigkeiten zu verfeinern und an Zweikämpfen teilzunehmen. Er kehrte als starker Mann mit einem schwarzen Gürtel nach Hause zurück. Nach seiner Rückkehr in die USA diente Chuck noch einige Zeit auf einem Luftwaffenstützpunkt in Kalifornien und nach seiner Entlassung im Jahre 1962 bewahrt er sich bei der Polizei. Anderen Berichten zufolge arbeitete er in der Northrop Aviation Fabrik. Ebenfalls 1962 bekamen er und Diane ihren erstgeborenen Sohn, Michael. Um seine Familie zu ernähren, begann der junge Vater eine Teilzeitbeschäftigung, indem er am Hinterhof seines Hauses Kampfsporttraining anbot. Später entwickelte sich dieser Teilzeitsjob zu einem ernsthaften Geschäft. Chuck eröffnete seine eigene Karateschule und bis 1965 war die Schule zu einem Netz von Trainingsräumen in den gesamten Vereinigten Staaten angewachsen. Auch Chucks Familie wuchs, als Diane einen weiteren Sohn, Eric, zur Welt brachte. Doch nicht alles lief glatt in ihrer Beziehung. Denn 1963 bekam der Mann eine außereheliche Tochter, Dina. Sie lernte ihren Vater erst mit 16 Jahren kennen und traf ihn persönlich erst mit 26 Jahren. Bald stellten sich Norris erste sportliche Erfolge ein. Im Jahre 1965 belegte Chuck Norris den ersten Platz bei der All-Star-Meisterschaft in Los Angeles und 1968 gewann er den Weltmeistertitel Im Karate-Leichtschwergewicht. Diesen Titel hielt er ganze sieben Jahre lang. Es wurde prestigeträchtig, von Chuck Norris trainiert zu werden und zahlreiche Prominente begannen, sich für das Training anzumelden. Zu seinen Schülern gehörten beispielsweise Priscilla Presley, die Frau des King of Rock'n'Roll und der beliebte Hollywood-Schauspieler Steve McQueen. McQueen war es auch, der Chuck riet, sich als Schauspieler zu versuchen. In seinem ersten Film war Norris jedoch nicht einmal im Abspann aufgeführt. In der Kriminalkomödie The Wrecking Crew von 1968 spielte er einen gewöhnlichen Gangster und war etwa drei Minuten lang im Bild zu sehen. Der eigentliche Wendepunkt in Chucks Karriere war seine Bekanntschaft mit Bruce Lee. 1972 lud Lee ihn ein, in dem Film The Way of the Dragon mitzuspielen, in dem der Neuling die Rolle des Bösewichts übernahm. Es dauerte mehrere Wochen, bis Lee und Norris sich auf die Kampfszene vorbereiten konnten. Sie arbeiteten mit einem Choreografen zusammen und entwickelten jede Bewegung, um einen dynamischen Kampf zu kreieren. Das Ergebnis war, dass The Way of the Dragon ein Actionfilm mit großer Popularität wurde und unserem Helden seinen ersten Ruhm einbrachte. Am Set wurden die Schauspieler so gute Freunde, dass Norris, als Lee 1973 starb, einer der Sagträger bei seiner Beerdigung war. Nach diesem fulminanten Debüt wurde Chuck zunächst eine Cameo-Rolle in der Komödie des Student Teachers angeboten. Dann die Rolle des Bösewichts in dem Low-Budget-Actionfilm Hong Kong Slaughter in San Francisco. Obwohl der Film 1974 gedreht wurde, kam er in den USA erst sieben Jahre später in die Kinos, als die Filmgesellschaft die Popularität von Chuck Norris nutzen konnte. Wichtigere Rollen erforderten bessere Fähigkeiten. Und so wurde unser Held parallel zu den Dreharbeiten an der Estelle Harmon Acting School ausgebildet. Er war dort der älteste Schüler, da er zu diesem Zeitpunkt bereits 34 Jahre alt war. Die Mühe lohnte sich und 1977 bekam Chuck seine erste große Rolle. In dem Film Breaker Breaker spielte er einen knallharten Trucker, der versucht, seinen verschwundenen jüngeren Bruder zu finden. Die Gage des damals wenig bekannten Schauspielers betrug nur 10.000 Dollar. Doch im nächsten Film, Good Guys Were Black, stieg seine Gage auf 40.000 Dollar. In einem weiteren Film, A Force of One, spielte Norris einen Karate-Meister, der die Polizei in den Kampfkünsten unterrichtete und erhielt 125.000 Dollar für seine Arbeit. Von diesem Moment an wurde Chuck Norris sehr populär und Filme mit seiner Beteiligung erfreuten die Fans von Actionfilmen jedes Jahr aufs Neue. 1980 spielte er den Leibwächter einer reichen Dame in dem Film The Octagon und 1981 einen Polizisten in dem dramatischen Actionfilm An Eye for an Eye. Und seine Gagen stiegen auf 250.000 Dollar. 1982 wurden gleich zwei Filme veröffentlicht, Force Vengeance und Silent Rage. 1983 versuchte sich Norris zum ersten Mal in der Rolle eines Rangers in dem Film Lone Wolf McQuaid. Die Popularität des energischen Schauspielers wuchs stetig. Er wurde ein echter Star bei Canon Pictures Film Company und unterschrieb einen Vertrag mit ihr für die Produktion von fünf Filmen. Diese zeichneten sich durch die Vielfalt und Komplexität der Geschichten aus und gefielen dem Publikum sehr. Der berühmteste Film dieser Zeit war Missing in Action. Die Geschichte eines Vietnamkriegsveteranen, der zurückkehrt, um seine Kameraden zu finden und zu retten. Chuck widmete diesen Actionfilm und seine Fortsetzung Missing in Action 2 The Beginning seinem jüngeren Bruder Weiland, der 1970 in Vietnam gefallen war. Nach der Veröffentlichung der Fortsetzung Braddock Missing in Action 3 im Jahre 1983 drohte Norris die Canon Film Company wegen einer unzureichenden Werbekampagne für den Film zu verklagen. Der Schauspieler selbst bezeichnete diesen Film als den stärksten seiner Karriere. Aber gehen wir zurück ins Jahr 1985. Von diesem Jahr an bis 1993 spielte der Schauspieler in einem Dutzend Filmen, darunter Code of Silence, Invasion USA, The Delta Force, Firewalker, Hero and the Terror, Delta Force 2, The Columbian Connection, The Hitman und Sidekicks. Und zeigte dabei seinen charakteristischen Roundhouse Kick. In all diesen Filmen wird der Zuschauer mit obligatorischen Happy Ends beeindruckenden Kampfszenen, in denen Chuck stets siegreich ist und kleinen Liebesgeschichten verwöhnt. Der Schauspieler sprach auch eine Zeichentrickserie über sich selbst ein. Chuck Norris, Karate Commandos. Nicht nur in Chucks Karriere, sondern auch in seinem Privatleben gab es große Veränderungen. 1989, nach 30 Jahren Ehe, beschlossen Chuck Norris und Diane Holczyk, sich zu trennen. Die Scheidung verlief einvernehmlich und ohne Skandal. Die ehemaligen Eheleute haben ein ausgezeichnetes Verhältnis zueinander und sie ihren erwachsenen Kindern gepflegt. Der wirklich große Durchbruch, der Chuck Norris weltweit in Ruhm einbrachte, war der Beginn der Dreharbeiten zur Fernsehserie Walker, Texas Ranger. Die Serie wurde neun Staffeln lang im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt, einschließlich der Pilotfolge. Sie erzählt die Geschichte von Cordell Walker, einem Texas Ranger, der in seinem Heimatstaat gegen das Verbrechen kämpft. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es in der Serie vor allem um spektakuläre Kämpfe geht. Doch bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass die Drehbuchautoren einen lebhaften Schwerpunkt auf Familienwerte und Freundschaft gelegt haben. Cordell Walker, der bei der Arbeit hart ist, ist im Leben ein liebevoller Vater und Ehemann, der immer bereit ist, seine Lieben zu beschützen und seinen Freunden zu helfen. Diese Themen werden in jeder Folge aufgegriffen und machen die Serie für die Zuschauer noch attraktiver. Auch die Kampfszenen sind gut und einige von ihnen sind sogar ikonisch geworden. Trotz der Beschäftigung mit der Serie kamen fast jedes Jahr neue Filme mit Chuck in der Hauptrolle heraus. Dazu gehören Hellbound, Wind in the Wire, Top Dog, Forest Warrior, Logan's War, Bound by Honor, The President's Man und die Fernsehserien Sons of Thunder und Martial Law. Darüber hinaus vergaß Norris seine Trainertätigkeit nicht und veröffentlichte 1997 ein Video mit dem Titel Chuck Norris Private Lesson. Wie der Schauspieler selbst zugibt, war es Liebe auf den ersten Blick. Und so heirateten sie bald nach ihren Kennenlernen. Drei Jahre später bekamen sie mit Hilfe einer künstlichen Befruchtung Zwillinge. Ein Mädchen namens Dana Lee und einen Jungen namens Dakota. Gerüchten zufolge sollte Walker, Texas Ranger nicht im Jahre 2001 enden. Die Serie sollte um mindestens zwei weitere Staffeln verlängert werden. Nachdem er jedoch von Ginas Schwangerschaft erfuhr, beschloss Norris, seinen Cowboy-Hut an den Nagel zu hängen. Während dieser Zeit trat Chucks Schauspielkarriere in den Hintergrund und er konzentrierte sich auf andere Aktivitäten. Chuck begann Bücher zu schreiben, von denen drei zu Bestsellern wurden. Eines seiner neuesten Werke heißt Black Belt Patriotism – How to Reawaken America. Der Schauspieler engagierte sich auch im sozialen Bereich und setzte sich für religiöse Ideen und traditionelle Werte ein. Im Jahre 2006 wurde er Autor einer Kolumne für eine rechtsgerichtete politische Publikation, in der er seine Überzeugungen zum Ausdruck brachte. Chuck Norris ist weiterhin aktiv gegen die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen und kämpft für das Recht, Schusswaffen freizutragen. Gemeinsam mit seiner Frau saß Norris im Vorstand des National Council on Bible Curriculum in Public Schools und setzte sich dort aktiv für die Einführung des Pflichtgebets im Klassenzimmer ein. Norris gründete auch eine Wohltätigkeitsorganisation, die Kindern und Jugendlichen hilft, sich von ihren Süchten zu befreien, indem sie Kampfsportarten erlernen. Inzwischen konnten die Zuschauer den Actionstar in den Filmen The President's Man, A Line in the Sand, Belts of Innocence, Dodgeball, A True Underdog Story und A Cutter sehen. Im Jahre 2005 kam die Crew von Walker, Texas Ranger wieder zusammen, um einen Spielfilm zu drehen. Walker, Texas Ranger – Trial by Fire Es waren mehrere Fortsetzungen geplant, aber die Einschaltquoten von Walker, Texas Ranger der alten Schule waren nicht die besten. Norris ist in den USA für seine lautstarken politischen Äußerungen bekannt. So sagte er 2009, dass die Texaner durchaus danach streben könnten, einen unabhängigen Staat auf ihrem eigenen Territorium zu gründen. Außerdem äußerte sich der Schauspieler zuversichtlich, dass er ein hervorragender Kandidat für die Rolle des Präsidenten des neu gegründeten Staates sein könnte. Mehrere Jahre lang war Chuck Norris nicht auf der Kinoleinwand zu sehen, aber 2012 schloss er sich dem Team von The Expendables 2 an, dem zweiten Teil von Stallones Filmfranchise. Der Name seiner Figur, Booker, ist übrigens eine Hommage an den Film Good Guys Wear Black, in dem Norris' Figur John T. Booker heißt. In beiden Filmen spielt Norris einen pensionierten Militärangehörigen, der an einer Rettungsaktion teilnimmt, um seinen alten Kameraden zu helfen. Der Film wurde sowohl von den Zuschauern als auch von den Kritikern positiv aufgenommen und spielte 315 Millionen Dollar an den Kinokasten ein. Im Jahre 2017 gab es tragische Nachrichten über das Privatleben unseres Helden. Er gab zu, dass er seine Schauspielkarriere wegen der schweren Krankheit seiner geliebten Frau Gina aufgeben musste. Daraufhin reichten die Eheleute eine Klage gegen elf Unternehmen ein, die für die Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten für die MRT verantwortlich sind. Norris behauptete, dass diese Medikamente die Ursache für Ginas schwere gesundheitliche Probleme seien und forderte Schadensersatz in Höhe von über 10 Millionen Dollar. Ihren Angaben zufolge unterzog sich Gina im Jahre 2013 einer Routine-MRT-Untersuchung. Einige Tage später wachte die zuvor gesunde Frau nachts mit starken Bauchschmerzen auf und musste mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen. Mit der Zeit kamen Zittern, Muskelschwäche, niedrige Körpertemperatur, Gewichtsverlust, Haarausfall und andere ernsthafte Gesundheitsprobleme hinzu. Die Situation verschlechterte sich so sehr, dass Gina irgendwann nicht mehr für sich selbst sorgen konnte. Ihr Ehemann hielt sein Versprechen in guten wie in schlechten Zeiten für sie da zu sein und unterbrach seine berufliche Tätigkeit, um sich um Gina zu kümmern, bis sie vollständig genesen war. Der Ausgang des Rechtsstreits über die Medikamentenvergiftung war ungewiss. Der Rechtsstreit wurde auf Antrag von Norris ohne Vergleich abgewiesen und jede Seite trug ihre eigenen Prozesskosten. Genas Gesundheit war schwer beeinträchtigt. Doch nach einer langen therapeutischen Behandlung erholte sie sich und überlebte. Norris versuchte nun, so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie zu verbringen und viel zu reißen, obwohl solche Streitigkeiten auch ihn belasteten. Der Schauspieler erlitt zwei aufeinanderfolgende Herzinfarkte. Übrigens war dies nicht der einzige Rechtsstreit, in den Norris verwickelt war. Im Jahre 2018 verklagte er Sony Pictures und den Sender CBS, der die Vertriebsrechte an Walker Texas Ranger besitzt. CBS hatte ursprünglich zugestimmt, dem Schauspieler 23% aller Gewinne aus allen Ausstrahlungen zu zahlen. Aber Norris erhielt seiner Ansicht nach zu wenig Einnahmen aus den Ausstrahlungen der Serie auf Online-Streaming-Diensten. Er forderte eine Zahlung von 30 Millionen Dollar. Norris trägt den Ehrentitel eines Texaners. Er erhielt diese Auszeichnung nicht nur, weil er viele Jahre lang auf einer Ranch in Texas lebte, sondern auch wegen seiner Rollen als einsamer Wolf McQuaid und Texas Ranger Walker. Chuck verbrachte einen großen Teil seines Lebens im Bundesstaat Texas. Lange Zeit besaß ein prächtiges 195 Quadratmeter großes Haus in der Gegend von Northwood Hills in Dallas. Das Haus mit vier Schlafzimmern verfügte unter anderem über drei Kamine, einen Medienraum, einen von üppigem Grün umgebenen Pool, einen großen Innenhof, einen Fitnessraum und sogar einen Aufzug. Im Jahre 2013 kam das Anwesen für 1,2 Millionen Dollar auf den Markt, anderen Quellen zufolge sogar für 1,6 Millionen Dollar. Ein paar Jahre später wurde sein Anwesen im kalifornischen North Houston für 3,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. In der Mitte des zweistöckigen Hauses befand sich eine raumhohe Glasvestibüle. Backsteinwände, Holzforsten und Balken ergänzten den Gesamtstil. Ein See, ein Salzwasserpool und Bäume, deren Pflanzung mehr als eine Million Dollar gekostet hat, zieren das Grundstück des Anwesens. Die Familie Norris wohnt derzeit auf einer Ranch in Navasota in Texas. Neben den üblichen Einrichtungen, die zu einem prominenten Anwesen gehören, wie einem Fitnessstudio und Stallungen, verfügt der Schauspieler über ein Chuck Norris Museum und einen echten Alligator. Außerdem gibt es auf der Ranch einen See und die Familie nutzt Militärfahrzeuge, um sich auf dem Grundstück zu bewegen. Ein weiteres Lieblingsfahrzeug unseres Helden ist ein amerikanischer Pickup. Er besaß einen Ford F-350 und ein weiteres ähnliches schneeweißes Fahrzeug wurde in der Nähe seiner Ranch gesehen. Das Haus von Chuck Norris ist nicht nur eine gute Investition in Immobilien. Es ist auch eine hervorragende Rendite, denn gegenüber befindet sich die C-Force Bottling Co., einer der größten privaten Wasserabfüller. Sie erstreckt sich über fast 8 Quadratkilometer Produktionsfläche. Die Wassermarke C-Force wurde von Chuck und seiner Frau im Jahre 2015 gegründet. Und natürlich wurde der Schauspieler das Werbegesicht für das Wasser. Übrigens ist das nicht Chucks einziges Einkommen. Für nur 300 Dollar kann jeder einen Videokroß von Caw or Walker bestellen. Kein schlechter Preis für ein zweiminütiges Video, das mit der Frontkamera eines Telefons aufgenommen wurde. Eine weitere Einnahmequelle war das Smartphone-Spiel Non-Stop Chuck Norris. Bei diesem Spiel können die Benutzer in die Rolle von Chuck Norris Handlanger schlüpfen und eine endlose Reihe von Gegnern besiegen. Und natürlich dürfen wir das Phänomen der Online-Popularität von Chuck Norris nicht vergessen. Seine gesamte Schauspielkarriere ist ein fruchtbarer Boden für die Schaffung von Gags und Memes. Die unerschütterliche Unverwüstlichkeit seiner Figuren ist der Grund für mehr als eine halbe Million Memes, die als Chuck Norris Facts bekannt sind. Diese Fakten beschreiben Chuck Norris in der Regel als einen unbesiegbaren Helden, der mit jeder Situation fertig wird und jeden Gegner besiegen kann. Zum Beispiel befindet sich unter dem Bart von Chuck Norris kein Kinn, sondern eine weitere Faust. Oder Chuck Norris hat einmal stundenlang in die Sonne geschaut, die Sonne gab auf und blinzelte. Ein weiterer Witz besagt, wenn Chuck Norris eine Zwiebel schneidet, weint die Zwiebel. Nach eigener Aussage des Schauspielers ist sein Lieblingswitz eine Cobra bis Chuck Norris. Nach fünf Tagen quälender Schmerzen starb die Cobra. Tatsächlich sind nicht nur Internetnutzer, sondern auch ganze Unternehmen an der Schaffung von Memes beteiligt. Insbesondere Google hat ein Easter Egg für alle, die im Internet nach Informationen über den Schauspieler suchen. Wenn Sie also Find Chuck Norris in das Suchfeld eingeben und auf I'm feeling lucky klicken, werden Sie zu einem Artikel mit folgendem Inhalt weitergeleitet. Google wird nicht nach Chuck Norris suchen, weil es weiß, dass man Chuck Norris nicht findet. Er findet sie. Weitere Suchvorschläge im Web könnten erscheinen, bevor er sie findet oder eine andere Person es versucht. In den 2000er Jahren wurden Memes über den Schauspieler so populär, dass Norris selbst das offizielle Chuck Norris Factbook 101 mit seinen Lieblingsfakten und Geschichten herausgab und die Hauptrolle in einem Werbespot spielte, der auf diesen Witzen basierte. Der Werbeslogan lautete, 10 Millionen Menschen können World of Warcraft spielen, weil Chuck Norris ihnen das Leben ermöglicht hat. Das verkäufliche Image des unbesiegbaren Chuck spielte vielen Marken in die Hände, die ihn in ihren Werbespots einsetzten. Der amerikanische Schauspieler wurde zur Figur in einem Toyota Werbespot, in dem der Pickup Truck dank seines Autogramms auf dem vorderen Kotflügel in einen Superhelden verwandelt wurde. Er wurde auch das Gesicht eines alkoholfreien Bieres von AB InBev. Die Unternehmensgruppe T-Mobile, ein Pokerspiel, Fiat-Autos und 2021 die Silvester-Offensive von Chuck erschienen auf dem YouTube-Kanal von World of Tanks. Heute ist Chuck ein liebevoller Ehemann, Vater und Großvater. Er hat 13 Enkelkinder von 5 Kindern. Sein Vermögen wird auf etwa 70 Millionen Dollar geschätzt. Er verbringt seine Zeit mit seiner Familie, engagiert sich für wohltätige Zwecke und hilft Kindern und Jugendlichen, sich von ihren Süchten zu befreien. In den letzten Jahren kehrte der Schauspieler nur einmal zum Film zurück, als er in einer Folge der Serie Hawaii Five-O auftrat. Im Alter von 84 Jahren hat Corder Walker bewiesen, dass er in allem, was er tut, cool ist. Was ist Ihr Lieblingsfilm mit Chuck Norris in der Hauptrolle? Schreiben Sie es in die Kommentare und vergessen Sie nicht, uns ein Like zu geben. Ansonsten wird Chuck Norris Sie finden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, hinterlassen Sie ein Like, abonnieren Sie den Kanal, damit Sie nichts Interessantes mehr verpassen.